Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir eine neue Kiko-Kollektion und hier ist ein Produkt dabei, was uns vermutlich den Ausblick auf die High-End-Beauty-Industrie 2023 voraussagen wird. Und ich bin super gespannt, wie das Produkt funktioniert. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen auffeitern kann. Es ist noch sehr früh, aber gestern Abend kam recht spät die Kiko-Kollektion. Das ist die Beauty Essentials LE, beziehungsweise das ist ja bei Kiko immer so ein bisschen anders. Da sind ein paar Produkte aus dem Standardsortiment mit drin in einer anderen Verpackung, aber auch andersrum Produkte aus der LE, die dann ins Standardsortiment kommen. Und hier ist ein Schätzchen drin, was ich in meiner jahrelangen YouTube-Kosmetikerfahrung noch nie gesehen habe. Und das ist das und wir werden schauen, ob das vielleicht das spannendste Produkt überhaupt sein könnte. Ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und tüpfen auch direkt ins Video. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das kostet euch nichts, nur bedeutet es die Welt. Und vielleicht kriegen wir das Video auch wieder auf 3000 Daumen nach oben. Das ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Gerade jetzt, wo Shorts mit da sind, hilft ihr mir natürlich sehr, wenn ihr einfach auf diesen Like-Button drückt. Das geht ganz schnell. Einfach hochwischen auf dem Display und dann unten links auf den Daumen nach oben. In der Kollektion. Also die Kollektion war sehr, sehr groß. Ich habe nicht alles bekommen. Übrigens, ich habe die Sachen von Kiko kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ich kann nicht sagen, das Video, sie schicken einfach random die Produkte raus und auch nicht jede Kollektion. Das sieht aber ganz spannend aus. Erstmal muss ich sagen, die Verpackungen der Produkte sahen extrem hübsch aus. Es war so ein bisschen angelehnt Richtung Frühling, ein bisschen blau, ein bisschen rosa, ein bisschen blau und alles so ein bisschen pastellig. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Wir müssen gleich mit der Tür ins Haus fallen. Das ist das erste Produkt. Ich glaube, das ist ganz, ganz spannend und das habe ich so auch noch nie gesehen. Falls ihr nicht wisst, warum Kiko so spannend sein könnte für uns Make-Up-Mäuse. Kiko produziert seine Sachen selbst in Italien. Also Kiko hat Fabriken in Italien und Italien ist dafür bekannt, am Puls der Zeit oder dem Puls voraus Produkte zu entwickeln. Vor allen Dingen pudrige Texturen kann Italien sehr, 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 sehr gut. Deswegen produzieren die High-End Brands auch fast alle in Italien. Im Vergleich dazu zum Beispiel Lip Liner, Augenbrauenstifte oder so werden oft in Deutschland produziert von einem Buntstifthersteller. Also das ist ganz, ganz spannend. So und jetzt haben wir aber hier das Beauty Essentials 2 in 1 Blurring Primer und Perfecting Powder. Das habe ich noch nie. Also das ist ein Produkt, was Primer und Puder ist. Und ich habe das aufgemacht und dachte, was ist das denn bitte? Ich habe das noch nie gesehen. Erstmal Verpackung wirklich, wirklich schön. Das ist hier so gummiertes Plastik. Fühlt sich so ein bisschen an... Es ist halt gummiert, kennt ihr das Gefühl? Wir haben einen Spiegel mit drin. Und das ist auch recht schwer in der Hand. Der Spiegel ist sehr, 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 sehr gut. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt in der Kamera. Aber das ist ganz leicht perlmuttig. Und ich gehe jetzt mal rein. Hm. Das ist... Kennt ihr das, wenn euer Gehirn das nicht verarbeiten kann? Das fühlt sich cremig an. Das fühlt sich aber auch pudrig an. Deswegen probieren wir es jetzt einfach aus. Es war auch ein Pinsel dabei. Den benutzen wir aber später. Deswegen nehme ich jetzt einen etwas fester gebundenen Pinsel. Und gehe da jetzt einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich arbeite mir das jetzt einfach mal hier ein. Also du siehst auf der Haut nichts außer, dass es ganz, ganz leicht mattiert. Aber es fühlt sich auch nicht trocken auf der Haut an. Ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, wenn ihr eine sehr, sehr ölige Haut habt. Das sieht schimmernd aus. Das ist aber... Also das ist ja nicht ansatzweise schimmernd. Als Primer zumindest nicht. Ich bin gespannt, wie es als Puder funktioniert. Schaut mal. Ich nehme jetzt ein bisschen hier. Verblende das. Und das zeichnet schon weich. Aber nicht so... Kennt ihr von Benefit diesen Porefessional oder so? Der ist ja sehr, sehr mattierend. Der jetzt gar nicht. Das ist ganz, ganz verrückt. Ich kann es noch nicht ganz beschreiben. Ich bin gespannt, wie das Make-up drüber funktioniert. Deswegen würde ich jetzt erst mal hier nur die eine Seite damit einarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass die Haut optisch so ein bisschen gleichmäßiger ist. Ihr seht es. Ich habe im Moment ein paar Rötungen. Das ist alles nicht so ebenmäßig. Es ist aber auch noch sehr früh. Also come on, please. Ich habe das Gefühl, dass die Haut sehr... Oder nicht sehr, aber etwas ebenmäßiger aussieht. Die Poren fühlen sich gut an. Es fühlt sich nicht so fettig an. Deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht. Es gab auch eine Foundation, die habe ich allerdings nicht. Deswegen würde ich jetzt einmal kurz meine Base machen und dann geht es direkt weiter. Dazu starte ich mit dem Kiko-Pinsel, mische mir so ein bisschen die Foundation hin. Das ist wie so ein Maskenpinsel. Und damit trage ich mir erst mal ein bisschen das Produkt auf. Dann könnte man im Prinzip den Puder-Teil benutzen. Um es zu verblenden, will ich jetzt aber nicht. Den will ich für das Puder gleich benutzen. Ich habe schon lange nicht mehr so einen Pinsel benutzt. Mir fällt gerade ein, dass ich euch gar nicht gesagt habe, warum ich glaube, dass das so ein Game-Changer ist. Kiko ist halt der Vorreiter für viele Produktionsstätten, was neue Texturen angeht. Sehr innovative Texturen. Und das habe ich so auch noch nie gesehen. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber jetzt, wo ich die Foundation mit drauf habe, muss ich sagen, dass ich doch einen Unterschied sehe. Also das Porenbild ist ganz, 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 ganz leicht minimiert. Hier, ohne dass es zu trocken aussieht. Und das gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie es als Puder aussieht. Ich benutze selten wirklich Primer. Wenn dann Powergrip, der wirklich hält, wenn ich weiß, ich habe viel zu tun an dem Tag und der muss lange, lange halten, das Make-Up, dann trage ich das. Ansonsten, man sieht einen Unterschied. Ich glaube, ihr kriegt den in der Kamera nicht mit. Da müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Es ist schon sehr minimiert. Ein bisschen Concealer da drauf und den blenden wir auch nochmal schnell aus. Und dann haben wir etwas, was ich auch super spannend finde, weil ich das auch... Also, Facepaletten haben wir mittlerweile, glaube ich, alle. Spätestens nach meiner sollte jeder aus meiner Community eine Facepalette zu Hause haben. Aber das hier ist nochmal was anderes. Erstmal, die Verpackung ist super flach. Also, das ist maximal so dick wie ein iPad. Maximal. Und die Farben sind ganz spannend, weil die sehr, sehr kühl aussehen. Also, sehr reduziert. Schon fast so ins Gräuliche mit rein. Und das ist eine Palette fürs Gesicht und für die Augen. Das heißt also, die sollen so gemacht sein, dass man die auch als Lidschatten benutzen kann. Wir haben jetzt als Lidschatten nochmal was anderes. Deswegen probieren wir die jetzt erstmal im Gesicht aus. Aber ich mag sowas ganz gerne. Und gerade, und das muss ich sagen, ist etwas, was mich so ein bisschen im Moment nicht stört. Ich kann ja jede Brand machen, was er will oder was sie will. Ich bin so ein bisschen over diesen intensiven Farben. Dieses Neon Pink. Dieses Neon... Diese Dior Farbe. Diese typische Dior Farbe. Essence hat ja jetzt neulich erst diesen Highlighter rausgebracht. Das war aber nochmal was anderes, weil das ist so ein Trendprodukt. Das kannst du auch sehr, sehr gut als Lidschatten benutzen. Und es war auch wieder besonders. Aber es war halt nicht nur Orange oder nicht nur Pink. Wir nehmen jetzt mal... Oh, der ist, glaube ich, ein bisschen zu groß, um ihn jetzt so zu benutzen. In der Palette sind vier Farben drin. Wir haben zwei Matte und zwei schimmernde Töne. Wir benutzen jetzt mal diesen Bronzer. Ich gehe jetzt mal ganz leicht hier rein. Ich habe keine Ahnung, wie intensiv der ist. Und dann tupfen wir. Einfach mal hier rauf. Ui. Mhm. Der ist da. Uh. Wisst ihr, woran mich der erinnert? An den Hatice und Love Bronzer. Von der Farbe her. Nicht zu warm und nicht zu kalt. Seht ihr das? Der hat so eine ganz leichte, gräuliche Farbe mit drin. Die aber nicht so... Nicht so kühl ist. Also nicht so... Nicht so leblos. Sondern er ist... Uiuiui. Die Italiener, ne? Die wissen, was sie tun. Was mir sehr, sehr gut gefällt hier dran, ist Tatsache die Farbe und, dass der nicht so pigmentiert ist. Also, was heißt nicht pigmentiert? Ich habe beispielsweise für ein Video diese Palette hier von Tom Ford gekauft. Und erst mal, der ist hier im Swatch extrem kühl. Aber sobald du ihn ausblendest, ist der extrem warm. Und der ist so pigmentiert und so fleckig dann, dass es sehr, sehr schwierig ist, den wieder auszublenden. Der hier ist recht leicht. Ich finde, dadurch, dass ich jetzt kein Puder benutzt habe, sieht die Base auch wieder recht frisch aus. Und ich habe damit... Also ihr merkt das, ne? Im Moment, dass ich probiere, mit den anderen Puderprodukten das Ganze so ein bisschen zu fixieren anstelle von Setting Puder. Funktioniert im Moment ganz gut und die Haut sieht dadurch ein bisschen jugendlicher aus. Bronzer gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich nehme jetzt auch denselben Pinsel und gehe gleich in die Farbe Keep the Rhythm. Das ist der matte Blush, der sehr, sehr kühl aussieht. Und ja, das ist er. Also das ist kein intensiver Blush. Den kannst du auch direkt mit in den Bronzer mischen. Das ist halt das, was ich mag, ne? Im Vergleich zu... Also klar, ich mag es auch mal bunt. Das habt ihr neulich gesehen bei diesem Essence Ding. Liebe ich die Farbe. Aber für den Alltag bin ich eher ein Freund von diesen gemuteten Farben. Und gerade wenn ihr vielleicht ein bisschen dunkler seid, dann könnten diese Farben gut für euch funktionieren. Und abgesehen von dem Bronzer natürlich, ne? Weil die so ein bisschen kühler sind und nicht so leuchtend. Sehr zart auch hier pigmentiert. Sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, ne? Also die Verpackung, obwohl sie Papier ist, fühlt sie sich recht gut an. Sie liegt gut in der Hand. Uppala. Du hast auch einen Spiegel mit drin. Mag ich gerne. Mag ich wirklich, wirklich gerne. Ich habe euch jetzt nochmal ein Stückchen heller gestellt, dass ihr alles gut erkennen könnt. Ich gehe jetzt mal kurz mit ein bisschen Puder unter die Augen. Ja, mag ich gerne. Komm, wir machen gleich weiter mit dem Highlighter-Ton oder dem schimmernden Blush. Dann setze ich mich hier noch so ein bisschen rüber. Auch sehr subtil. Den Highlighter oben rauf. Ja. Sieht so ein bisschen bronzy aus, ne? Also das ist, dadurch, dass die Farbe so kühl ist, könnte das auch einfach ein Bronzer sein, der recht warm ist. Mag die Kombination aber sehr gerne. Ein bisschen hier über die Lippen. Auch der Highlighter ist super zart. Ich glaube, das kommt in der Kamera nicht so rüber. Also du musst es schon aufbauen. Er ist da, aber er ist super subtil. Also die ganze Palette ist subtil in einem Produkt. Weiter geht's mit den Augen. Und da gab's verschiedene Produkte. Also erstmal natürlich konntest du dieses Produkt hier als Lidschatten benutzen. Mache ich jetzt, glaube ich, gerade nicht. Es gab etwas, da bin ich persönlich immer so ein bisschen skeptisch. Das sind diese kleinen Dinger hier. Da kannst du, kannst du halt gut mitnehmen, ne? Die sind super, super klein. Du hast einen matten Ton, einen schimmernden Ton und einen, ja, brightening Ton. Uh, der hat das. Wait a second. Ihr wisst, was passiert? Wenn wir einen brightening Ton finden, der leicht rosé ist, müssen wir gucken, ob man den unter den Augen benutzen kann. Mhm. Okay. Äh, ich glaube, ihr seht direkt einen Unterschied. Das ist so ein kleiner Heck, den ich habe, um meine Augenringe so ein bisschen zu kaschieren. Einen leicht pinkstichigen Lidschatten. Schaut euch mal bitte diesen direkten Unterschied an. Hier schimmert immer noch so ein bisschen lila durch. Hier fast gar nicht mehr. Das ist krass. Okay. Das ist halt eine gute Farbe für mich. Und du kannst hier hinten so ein bisschen highlighten, weil der halt auch von der Textur her, das ist ein matter Lidschatten, aber der ist so ein bisschen feucht. Der hat entweder Wachs oder Öl mit drin, was das Ganze etwas cremiger macht und du damit nicht ganz so trocken unter den Augen aussiehst, wie wenn du einen normalen Puder Lidschatten benutzt. Andere Eyes sind extrem aufgehellt. Äh, es gab noch das hier. Das ist ein Beauty Essentials 3 in 1 12 Hour Long Lasting Eyeshadow und Eye Pencil. Wir haben einmal hier so ein Rosé Lidschattenstift. Den muss ich immer kurz sch... Uh. Der ist sehr hell, aber schimmernd. Und wir haben auf der anderen Seite so einen Eyeliner sehr, sehr cremig. Okay, Sekunde. Es wird ein zarter Look heute. Es wird ein sehr, sehr zarter Look. Dafür würde ich euch gleich ein Stückchen heran und wir gehen hier in der kleinen Palette in diesen roten Ton und den setze ich mir hier rein. Wird so ein bisschen frühlingshaft inspiriert. Das muss ich halt sagen, ich habe früher, ne, als ich noch nichts mit Make-up zu tun hatte, fand ich Kiko immer so ein bisschen, habe ich unterbewusst Kiko immer so ein bisschen mit Klairs gleichgesetzt, was totaler Quatsch ist, sondern es ist sehr, 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 sehr erwachsen. Und das muss ich sagen, finde ich ziemlich gut. Gut, die Preise sind so gleichzusetzen mit L'Oreal und das ist echt spannend, weil Kiko halt nicht zu einer größeren Marke gehört, sondern es ist einfach Kiko und dabei sind sie zum Großteil affordable. Sehr, sehr zarte, natürliche Farbe. Den Schimmerton habe ich jetzt, will ich jetzt gerade gar nicht benutzen. Ich möchte jetzt hier mal diesen Stick benutzen, weil der sehr schönen Schimmer hatte. Und den setze ich einfach hier mit rüber und tupfe den so ein bisschen drauf. Sehr zart. Schau mal hier, da kannst du es sehen. Oh, das finde ich aber schön hier. Der ist halt sehr glitzerig, ne? Ein bisschen aufbauen. Ja, ein bisschen romantischer. Deswegen toppe ich den jetzt nochmal hier außen mit dem mittleren Ton. Es passt halt gut zusammen. Es ist ein sehr, sehr zarter Look. Beim Liner, der ist halt extrem pigmentiert. Der ist so ein bisschen braun-schwarz. Dann setze ich mir nur ganz leicht hier außen hin. Da hast du sehr gut Kontrolle mit und verlängere das Auge. Damit kannst du sehr, sehr gut an deinen Wimpernkranz rangehen oben. Das ist halt, das ist so ein bisschen das Ding, ne? Das ist halt sehr, sehr einfach. Also das ist jetzt kein intensiver Look, der alles revolutioniert oder so, sondern das ist so mal schnell gemacht. Ich will es außen noch so ein bisschen ausbuffen. Geht gut. Mag ich gern. Wer sowas mag, qualitativ, sehr, sehr gut. Ich finde, das hat das Auge halt sehr schön geliftet. Und jetzt könnte man, um den Kontrast noch ein bisschen zu erhöhen, den hellen Ton hier nehmen. Und hier hinten den Wing ganz leicht optisch aufhellen. Das ist nur so eine kleine Sache, aber das sind die kleinen Dinge im Leben, nicht überall, aber oft die kleinen Dinge im Leben, die Freude bereiten. Wir haben noch eine Mascara. Auch hier, das ist so ein klassisches Kiko-Ding, ne? So eine 3 in 1 Mascara mit zwei verschiedenen Bürstchen. Einmal so ein runderes Bürstchen benutzen wir mal auf der Seite hier. Sehr natürliche Wimpern, trennt sie gut. Auf der anderen Seite haben wir noch so ein gebogenes Bürstchen. Das geht so ein bisschen in die Fenty-Richtung. Da weiß ich immer nicht, wie es halten soll. Machen, ganz ehrlich, machen die Bürstchen einen Unterschied? Also in der Applikation macht das wirklich einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht. Ja, die haut mich jetzt nicht um. Macht süße Wimpern. Aber ich mag den Lidschattenlook heute sehr gerne, weil er so ganz, ganz zart ist. Und auch für die Lippen haben wir natürlich noch was. Und zwar auch so ein 2 in 1 Ding. Einmal einen Lippenstift und ein Lippenpencil. Wir benutzen erstmal den Lip Liner. So ein schöner, pinkiger Morfton. Und auf der anderen Seite den Lippenstift. Passt halt nice zu dem Lidschattenlook, ne? Weil es alles so ein bisschen in dieser zarten, flaume, Pfingstrosenfarbe ist. Pfingstrosenfarbe, wow. Aber ist matt. Der ist definitiv matt. Ich bin im Moment total Team Gloss. Und das Ding fand ich auch spannend. Erstmal, das Ding ist größer als viele Dinge, die ich in meinem Leben gesehen habe an Glossen. Das ist der Beauty Essentials 3D Effekt Lip Gloss mit so silbrigem, rosa-bläulichem Glitzer. Also ähnlich wie die Fenty Beauty Diamond Bomb Dinger. Das Ding ist riesig. Im Vergleich zum Telefon. Es ist groß. Es ist schwer. Es ist... Es ist... Du hast was in der Hand. Riecht nach Vanille. Der Lippenstift ist gut mattiert. Mhm. Ja. Das ist halt so ein Fenty Beauty Gloss. Fühlt sich sehr, sehr schön an. Und hat auch nicht so viel von dem Liquid Lip... Von dem matten Lippenstift weggenommen. Freunde. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut die Produkte von Kiko bei mir funktionieren. Vielleicht liegt es an meinem italienischen Blut. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Produkte sehr gut sind. Was mir nicht gefallen hat, war jetzt... Was heißt nicht gefallen? Nee, nicht so optimal. Die Mascara. Der Rest? Gut. Die Blush Palette ist besonders. Weil sie halt nicht so übertrieben pigmentiert ist. Und du musst ein bisschen aufbauen. Aber dadurch hast du natürlich sehr viel Kontrolle über das Produkt. Der Rest? Top. Die Augen sind zart. Das ist halt bewusst zart. Das sind Beauty Essentials. Das ist keine Boom Chakalaka Limited Edition. Alles auch farblich sehr, sehr schön zusammengepasst. Schade, dass ich die Foundation nicht hatte. Hätte ich gern... Nein. Stopp. 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 Wir müssen das noch als Puder benutzen. Geh rein. Und fixier das. Und jetzt siehst du diesen leichten Glow, ne? Auf der Stirn. Es nimmt das Produkt nicht weg. Es ist halt sehr, sehr fest, ne? Also du kannst ja schon... Aber du kriegst halt so ein Iridescent Glow, der nicht so glitzerig ist. Okay, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu dieser Limited Edition sagt. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit den Produkten. Wünsche euch einen wundervollen Tag. Und dann, würde ich vorschlagen, sehen wir uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.